Hallo und herzlich Willkommen zur Geflicken-Legunterleitung. Schönen guten Tag. Entschuldigt, ich muss mal gucken, ob die Aufnahme läuft. Ja, alles gut. Wie ihr seht, sind wir schon weit gekommen. Der Weg war weit, ja. Der Weg und die Mühen waren weit. Auf geht's zur Tüte Nummer 7 mit neuer Energie oder alter Energie. Immer noch Day 1. Ach so, Tüte 7, ja. Das geht jetzt einfach. Echt? Das ist alles Tüte 7. Was? Ein Kanon ist leer. Ja! Ein Viertel geschafft. 1 von 4. Wow! Jetzt halben wir jetzt ein halbes Berg fest. Oh. Das ist nicht dein Tag. Das ist nicht meine Zeit. Das ist nicht meine Zeit. Das ist nicht meine Zeit. Das sieht so wenig aus. Höhe mal. Ja, bloß auf in diese Sprung. Das sieht so wenig aus! Wir sind bestimmt schnell fertig. Weißt du, es ist ein Wetter? Ja, und dann hockst du hier und suchst einen Fehler, weißt du, weil das so wenig aussah. Geh mal weg, ich brauche eine Platte. Geh mal weg da. Geh mal weg. Tu mal Kassette. Was? Das reicht nicht. Sehe ich jetzt schon. Für was reicht das nicht? Weiß ich nicht. Das überlege ich mir noch. Für das, was ich damit vorhabe, bin ich das nicht so süß. Ich will mir. Für mein Projekt reicht das nicht. So. Muss ich eh Paul, mein Arbeitsverlänger, zählen. Du Paul, das dauert lang. Wenn du am Tag kommt, der Abend Todesstern kann den Stunnel leicht weg. Achso, ich wollte ja noch reinzoomen, ne? Solltest du, ja. Zum, zum, zum. Ähm, der muss ich jetzt mal ja zurechtfinden hier. Wenn so ein Spruch kommt, ne? Dann hau ich ihn in die Fresse. Nein. Aber es ist weniger Technik jetzt, siehst du das? Ich seh das. Siehst du, ne? Ich seh das. Siehst du auch so. Aber weniger Technik heißt ja nicht, weniger kompliziert, also, von daher. Touché. Immer aufpassen. Aber ich weiß, was wir machen können. Warte. Wir machen hier unten die... Nicht, nein, weiß ich nicht. Doch, ich weiß ja. Ich nicht. Ich will mich einfach mal umsetzen. Du siehst du gar nicht. Nein. Ich lass mich nicht spoilern, so. Ja, was heißt spoilern lassen? Ich will nur wissen, wohin die Reise geht. Nö, ich nicht. Ich weiß, wohin die Reise geht. Pandoria. Hä? Nein, das stimmt schon wieder nicht. Mann, nein. Aber das ist doch... Ich denke ich. Nein, das ist nicht falsch. Oh Gott. Der lässt an solchen Sachen schon scheitern, ne? Der ist doch korrekt, den der da anders. Nimm den doch einfach. So. Nimm ihn! Warte ich ja. Geht schon gut los. Es ist ja... Ja. Wenig Teile, wenig Fehler. Ja, war gut. Wir bauen es jetzt einmal zusammen. Wir denken, das ist schlimm. Genau. Ich glaube, dass das hier reingehört. Ich glaube, das ist so richtig. Stell dir mal vor, das stimmt noch wirklich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß genau, wie ihr das bauen wolltet. Genau so. Ich frage mich noch, wofür das hier gut ist. Ich auch. Das kommt bestimmt dann das Gegenstück hier. Zu dem... Das Gegenstück zu dem hier. Ja, und dann kannst du das auch machen. Ja, ja. Das ergibt auch Sinn, ne? Schauen wir mal. Träum mal weiter. Das ist kein Thema. Bisher hast du immer noch gesagt, da muss die Luca hin. Da muss die Luca hin. Da muss einfach. Das geht nicht anders. Die Bauer wollten das so. So. Nein, nein. Kein Teil vergessen. Ich hoffe, wieder eins übrig bleibt. Und wir fragen uns, wo das hinkommt. Und wieso überhaupt. Falsch rum. Richtig rum. Da muss man echt immer fassen, dass die Spitze richtig zeigt hier. Ein 4er. Was hab ich? Das hab ich. Das hab ich. So. Einmal drüber. Bleibt noch umgedreht. Ich baue schon mal grün. Grün-Blau. Das ist aber ein richtig kräftiges Grün. War mal schön. War richtig schön. Warum auch immer. Warum auch immer das jetzt grün ist. Haben die sich so gedacht? Wir nehmen jetzt mal was Grünes. Das wird der... Das ist Lichtbeschleuniger. Kannst du mit den Steinen da drüber gehen? Nein, den dahinter. Genau. Dankeschön. Der was beschleuniger? Lichtgeschwindigkeit. Kommst du denn da auf? Nur so. Weiß ich nicht. Ich wollte mal Lichtgeschwindigkeit sagen. Wollte ich es denn mal gesagt haben. Wollte ich mal gesagt haben. Hast du sonst nichts zu sagen? Du willst mir jetzt einfach Lichtgeschwindigkeit sagen? Lichtgeschwindigkeit. Genau. So, und das ist so. Da muss man erst einmal die richtige Ecke gucken. Das sieht ja schon mal cool aus. Das ist ein richtig schöner Satz. Wer macht doch noch mal Ausbau und Spaß? Jetzt kommt wieder die leichte Ordnungsphase. Gleich kommen wir wieder Verzeihung. Ach so, nein. Nein, damit läuft es ja ganz gut. Alles gut. Ach ja. Habe ich endlich reingesungen? Ja. Hattest du. Hattest du erwähnt? Ja, ich wollte nur sicher gehen. So. Hier passt ja mal gar nichts. Ach so, ich muss das so rumhalten. Ja. Ich passe immer ganz. So. Ich bin mit meiner Seite fertig. Was ist mit dir? Ja, ich bin auch gleich so weit. Ja, bei dem muss ich auch passen, dass du die richtig richtig... Da ist es nämlich auch wieder, dass du eine falsche Spitze nimmst. Aber warum auch immer, das wäre so. Nee, das wäre nicht so. Das wäre nicht so. Ja, genau, der muss ich sagen. Da passt aber nicht. Ja, das sage ich. Der ist auch falsch. Der ist genau auch falsch rum. Auch... Ja, das sehe ich doch. Ich habe dir doch so hingekriegt, dass man das direkt zieht. Nein, du hast sie mir weggenommen. So, die ist das nämlich. Nein. So, doch. Ja, sage ich doch. Sag ich doch. Hier, mach weiter. Halt die Klappe, mach. Oh, das wäre schon wieder vorgebaut. Ja, meine Seite, während du da gebaut hast, vorgebaut. Du weißt gar nicht, wo das hinkommt, was du gebaut hast. Ja, weil das... Ich nehme es einfach mal weg. Das wird schon passen. Ja, weil das ist jetzt das. Siehst du? Ach so meinst du das. Ja, das ist mit Sinn. Jetzt komme ich nicht mit so. Warum fehlt hier eine Ecke? Wie eine Ecke fehlt? Kann nicht sein. Hör auf. Hier fehlt eine Ecke. Hör auf. Nein, ich fahre nicht auf. Die baust du doch gerade. Ja, das ist die hier oben. Ja. Aber die hier fehlen. Die baust du doch gerade. Ich zeige es dir gleich. Wenn ich fertig bin, zeige ich dir, dass sie fehlen. Wo ist denn die andere? Ich zeige es dir, dass es nicht so ist. Weil du musst genau hingucken. Das ist auch wieder eine andere Farbe. Ja, musst du genau hingucken. Dann musst du auch richtig fahren. Du musst aufpassen. Jetzt mach du lieber dein Kram da. Ich muss es nicht. Du machst mich ganz fertig. Du machst alles wieder falsch. So. Ausruberzeichen. Das ist keine ruhige Minute mehr hier. Nee. Mit mir nicht. So. Was ist jetzt dafür? Ich sage, der muss aufpassen. Richtig. Nee. Ja, genau das ist es. Richtig. Das hier ist der hier. Der hier fehlt. Der zweite. Eben nicht. Eben doch. Eben nicht. Guck. Ich sage dir, der fehlt. Guck. Die zweite Spitze fehlt. Komm. Die zweite Spitze fehlt. Okay, das war recht. Einmal recht haben im Leben. Das hat man sich verdient. Verdammt. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Die sehen alle gleich aus. Die auch. Hier ist keiner mehr. Ach, hör auf. Da unten ist er. Never love you, bevor die nächste kommt. So. Nee. 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 Jetzt gehen wir uns doch gegenseitig an die Gurke. Der Zeitpunkt ist gekommen. Nein. Alles gut. Das sieht jetzt richtig aus, was wir hier machen. Ja. Alles okay? Ja. Das passt hier schon ans Herz. Ich gehe gleich ins Kano aus. Das bringt nichts. Nein. Ich will probieren, dass das einmal richtig ist. Und nicht hier. Doch. Aber ich verstehe halt nicht, dass sie... Das drüber ist und da nichts drunter. Ja, genau. Weil der... Der hat das wieder falsch gemacht. Weil du einen vergessen hast. Aber es mir auch passiert. Hier, diesen hast du vergessen. Ja, kann sein. Ich streite es aber nicht ab wie du. So vehement. Und ein Einer fehlt auch. Ein Einer fehlt auch. Wiehst du? Ein Kauer. Also einfach mal, das war nicht mein Part. Ja. Nee, braun ist ja. Genau. War nicht dein Bein. Das ist da. Nee, das ist nicht meine Seite. Der ist hier drunter. Ist so. Da ist nämlich der. Seht ihr? Den habe ich gemacht. Hä? Den hängt hier vorne dran. Du warst hier hinten sogar. Mach es einfach. Du bist völlig korrekt, was du da machst. Ich bewulachte das nur noch. Ja, boah. Du bist freck. Dabei wäre ich der Chef. Ja, natürlich. Aber ein Chef hat auch nicht immer recht. Ja, ist richtig. Bei mir ist das ja auch so. Manchmal habe ich auch recht. Mein Chef nicht. Aber er nimmt es dann auch immer dankend an. Sonst wäre er kein Chef. Das ist auch vernünftig. Lang, 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 lang. Genau. Wie viele? Drei Stück? Drei Stück. Ja, jetzt bin ich hier spannend. Ich auch. Jeder Schritt ist... Risiko. Risiko. Vor allem bei denen hier. Aber wenn man die richtigen nimmt. Das sieht schon merkwürdig aus. Ja. Das wird sich nachher alles in ein Gesamtbild einfügen. Vielleicht. Fangen wir auch mit vielleicht. Das Unwort des Jahres. Wieso? Ist so. Wie so ein Unwort? Mhm. Ja, erklär mal. Ja, im Chat das meiste verbrauchte Wort. Vielleicht. Echt? Ja. Immer dieses Unkonkrete. Ja, stimmt. Aber manche Sachen muss man halt überlegen. Deswegen vielleicht. Ja, dann sage ich dir später. Ich denke drüber nach. Und ich vielleicht. Ja, okay. Ist ein Argument. Ja. Sollte man mal drüber nachdenken? Eben. Vielleicht. Nein. Ganz sicher. Sollte man drüber nachdenken. Dreh mal um. Ach, Lego. Wieso ach, Lego? Du musst eigentlich jetzt wissen, wo die Steine hüllen. In diesem Jahr. Sieht man doch. Bist du blind? Das sagt er richtig. Ja. Preis. So, das ist Kondon. Das ist hier eine Lücke. Da muss eine Lücke. Interessant. Mut zur Lücke. Da bleibt eine Lücke. Dann ist das so. Das sieht aus wie eine Skateboardbahn hier. Ne, ne, ne. Das ist was anderes. Gerd, gleich. Lass liegen. Mann. Ich wollte nur reinstecken. Ja. Das macht ja sein, dass du nur reinstecken brauchst. Dadurch wird sie aber trotzdem nicht befriedigt. Nur weil sie nur reinstecken. Das stimmt. Ich bin drin. Ich bin drin. Bist du schon gekommen? So. Jetzt noch. Tart gar nicht weh. Tart doch gar nicht weh. Ja, dir nicht, du hast. Ja. Ist richtig. Ja. Ja. haben wir alles. Hast du zwei genommen, doppelt? Ja. Yes, yes, yes. Oh, jetzt darf ich auch ein Reichen machen. Ja. Das ist aber nett. So ist Lego zu dir. Voll die Sekt, ey. So ist Lego zu dir? Ja. Und jetzt überleg mal, wie du zu nehmen. Genau, richtig. Komm auf die gute Zeit. Des Legos. Hm, wir werden vielleicht noch in der olympischen Disziplin mal. Bauen sie das Legelzeit auf. Ja, genau. Wenn du erst fertig bist, krieg ich eine Goldmedaille. So ist es. Ohne Fehler. Ja, das ist die armen Richter, die das dann hinterher... Genau. Hm. Irgendwas sieht komisch aus. So muss das. Da ist eine Lücke zwischen. Soll das so sein? Hm. Werden wir sehen. Yay. Got it. Ich bin gerade hier. Moment. Ups. Moment noch. Ich brauche nicht mehr lange. Ja, brauche auch nicht mehr lange. Ich finde halt merkwürdig, dass hier unten nix ist. So. Hier. Da nicht und da nicht. Dann lass doch mal los. Das ist eh nicht dein Business. Ah, das muss ich erst mal festmachen. Warte. 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 Ja, ich mache ja nix. Na, das ist gut. Kommt das so. 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 Oder? Hä? Okay. Okay. Musst du sie wieder zurückblendern? Nein, warte. Ist okay, wenn nicht. Ist ja kein Thema. Die Seiten sind ja nur da. Nee, hat keiner weggenommen. Hm. Komisch. Ja, das muss rüberragen. Genau. Okay. Also gut. Passt. Gott sei Dank. Kann nur besser hin. Genau. Ja, das ist die Konsumproduktion noch besser, oder? Ja, kannst du dann auch einsetzen. Die kommt genau entgegen. Yes. Und die drei habe ich auch schon. Und das gleiche machen wir gleich nochmal. Hm. Wer weiß, wer weiß. Ist so fucked so. Siehst du auch an den Teilen schon. Pfff. Pfff. Dann zeige ich erst mal gar nix. Ja. Das kannst du schön alleine machen. Wobei. Dann bin ich wahrscheinlich schneller. Pfff. 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 Dann zeige ich erst mal gar nix. Ja. Das kannst du schön alleine machen. Pfff. Pfff. Dann zeige ich einfach nix. Vielleicht wird das noch erklärt. Ja, keine Ahnung. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Hier fehlt noch ein... Zwei. Aber wo kommt der denn hin? Alter. Ja. Aber, hä? Aber, hä? Aber, hä? Zwei. Drei. Das ist auf einer Höhe. Und der muss hier mehr rein. Oh je, ob das hinterher richtig ist. Das ist so. Okay. Das muss auch sein. Tut mir leid. Tut mir leid, Sache. Siehst du? Da. Da hab ich richtig... Hast du richtig geraten, ne? Nicht geraten. Du musst. Ah, das kommt jetzt her. Ja, das halte ich. Das kommt dann runter. Dann bauen wir es wirklich zweimal. Tam, tam, tam. Das war dann auch Tüte Nummer 5, behaupte ich jetzt. Beim zweiten Mal. Außerdem war das Tüte Nummer 7. Aber das ist nicht schlimm. Äh, ja. Fünf. Keine Angst, wir sind schon ein bisschen weiter. Ja. Ich hab den Überblick verloren. Entschuldigt. Hast du noch einen Überblick? Ja, ab der achten kann ich ja schon mit Episode 4 bis 6 anfangen. Da weiß ich, wen es denn alles. Glaub ich. Glaub ich. 1 bis 3. Muss ich mich schämen. Muss ich nochmal gucken. Die sind ja auch älter. Schwimmt ja gar nicht. Ich wollte mich jetzt raushauen, weißt du. Nö, der lügt. Gnaden. No, das kannst du ruhig die Weisung. Was ist das denn hier? 3. Kreise. Ja. Warum ist das so? What the hell is that? What the hell is that? Good question. Erstmal so rum. Ja. So. Dann bei dem Tisch. Das sind die drei Kreise hier wahrscheinlich. Ja, genau. Bei dem Tisch. Oh je, oh je. Wie soll das jetzt halten? Ja, deswegen die drei Kreise. Ach so, das muss hier rein. Ja, genau. Genau dazwischen. Oh Gott. Ne, kann nicht sein, oder? Ne, kann auch nicht sein. Ähm. Oder haben wir den falschen Abstand genommen? Ne, dazwischen ist schon richtig. Dazwischen. Ja doch, so passt es. So sollte es passen. Na, da muss man wieder aufpassen, ja. Genau, muss man auch. Na, kommt schon. Ja, dieser Milliliter, ne? So, jetzt. So, und das gleiche hier unten. Oh, mh. Das kommt ja. So, drin ist es. Juhu. Ich freu mich, es geht voran. Ja. Ups. Ich mach schon mal rein. Ja, ich muss hier rein. Ich mach ja rein. Ich mach schon mal von vorne. Oh, Katja. Ähm, ich hab ja dann 14 Stunden Zeit, was anderes zu machen. Hahaha. Oh mein Gott, jetzt ist noch ein Schloss. Wo ist denn der Stein jetzt? Man guckt schon nach jedem Stein, wo ist er denn? Hauptsache, er ist da. Ja, also ich muss sagen, toi toi toi, kein Stein zu viel oder zu wenig. Also zu viel schon, aber dann wirklich richtig zu viel. Ersatzteile sind ja immer da, falls mal einer verloren geht. Ja, sie waren halt bisher, wenn, dann nur zu blöd. Nur zu blöd, ja, richtig. Wie mit dem schwarzen und mit dem falschen Deckel oder, 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 oder. Wir machen Fail Counts. Fail Counts, ja. Fail Counts. So, ich hab wieder meine Teilchen zusammengesucht. Ja, doch, so sieht das gut aus. Hm, richtig. Dankeschön. Ja. Ja. So bin ich zu dir. Immer lieb, nett, freundlich. Sovorkommend. Komm schon mal vor. Pseh. Also macht er alles wieder kaputt. Was war das richtig? Lieber richtig als falsch. Lieber richtig kaputt als falsch. Ja. Ja, das ist doch auch ein Argument. Ja. Ach ja. Ja, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Ja. Macht das in Ruhe. Das hat beim ersten Mal jetzt auch gut funktioniert. Ja. Deswegen mach ich das ja auch genauso wie vorhin. Ui. Genauso scheiße. Genau. Ja, falls du nix kriegst so viel. Ich kann wieder Klauchgrün bauen. Und jetzt haben wir wirklich Routine hier. Routine. Jetzt fliegt das. Jetzt. Jetzt geht's los. Ich bin dann noch mal gespannt, wann es interessant wird. Ach, hey. Warum passt das nicht? Weil ich den grünen, ja. Den grünen vergesst mir, ob der so blau aussieht. Grün vergesst mir, ob der so blau aussieht. Okay. Klingt interessant. Ich schau mal nicht. Ha, ha, ha. So ne Radio war so schon alt. Bevor er wieder meckert, als ich den vergesse, vergesse ich ihn diesmal nicht. Ich bin gleich soweit. Zwei Sekunden. Eins. Zwei. Zwei. Spannende. Spannende. Zwei. 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 Ja, hör auf. Ich hab alles fertig gemacht. Wof, ne irgendwie nicht. Doch, irgendwie müssen wir. Oder gehört das hier ein… Hä? Nichts, hä? Ne Eigentlich keine Panne. So muss das. So… Das muss jetzt aber da dran, sonst komm ich nicht weiter. Hier unten ist der Stepp. Ja. Du bist dran. Ich bin Fan. Du hast gesagt, du kommst nicht weiter. Ja, im Sinne von ... Ja, also ... Du hast gesagt, du kommst nicht weiter. Ja, es ist ja alles falsch. Sieht doch gut aus. Ja, das ist ... Wie Profis. Was machst du denn jetzt? Ja, weiter wegschieben. Why? Das hast du die ganze Zeit nicht gemacht. Wirst du müde, oder was? Hey? Redet er mit mir, wer bist du? Hä? Wer sind sie überhaupt? Kenn ich sie? Was wollen sie von mir? I want candy. Hast du ein Dreier-Fache? Nur Zweier, ja. Da. Danke. So, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Jetzt hier. Kannst ruhig helfen. Ich sehe gar nichts von hier aus, was du da machst. Also kann ich auch nicht wirklich viel tun, sonst würde ich ja was machen. Kannst du ... Vierer ... Das Einzige, was ich mir ziemlich sicher bin, ist diese Geschichte hier. Falsch! Eventuell noch der hier. Noch mehr Falsch! Ne, wo ist die richtige Spitze? Da ist die richtige Spitze. Da kommt dann Zweier. Und dann kommt noch mal so ein ... Hm ... Ach ne, da kommt gar nichts mehr hin. Doch hier. Ja, aber der kommt ... Ne, das ist doch korrekt eigentlich. Das ist nicht korrekt. Wenn man dir das Stichtum mal was machen lässt, ne? Warum ist das denn falsch? Ja, wo ist mein Profi-Wegzug? Na, ich mach schon ab, aber warum ist das ... Da ist es ... Ja ... Warum ist das denn falsch? Da sind nur drei frei. Und nicht vier. So. Warum war der Vierer jetzt falsch? Der war doch richtig. Nee. Doch, der muss doch da hin. Der muss daneben. Genau. Ja, der war doch. Nee, war der eben nicht. Wasser wird dahin. So, und hier kommt noch ein Zweier hin, ja. Der ist es ja. Hier, ne? Guckst du mal kurz, kommt der dahin? Fünf frei, ja. Richtig. Next. Umdrehen. Ach, jetzt kommt die Geschichte wieder. Jetzt kommt das Tor wieder. Ah, zack. Ich weiß wohin. Ich weiß es. Lass mich durch, ich bin Lego-Bauer. Genau richtig. Also da hätt ich auch Bock drauf, in alten Lego-Land ein Modell zu bauen. Die sind ja noch größer. Da musst du aber erstmal die Prüfung bestellen. Ja, die Prüfung ist hier, hallo? Nee, nee, die Prüfungen sehen anders aus. Da gab's mal ne Dokumentation drüber, wie man im Lego-Land arbeitet und so. Mhm. Also wenn das keine Prüfung ist, dann weiß ich auch nicht. Millennium Falcon UCS. Bauen ist Prüfung genug. Woher steht das UCS eigentlich? Ja. Unlimited. Collector. Ah, hab ich dazu... Season? Weiß ich nicht. Set? Set? Genau. Collector Set. Klingt doch sinnig. Das klingt schon mal nach was. Noch nicht, bitte. Sonst bringst du mich grad raus. Ist das nicht böse gemeint? Doch, das war total böse. Habt ihr das gehört? So, jetzt darfst du. So, jetzt darfst du. Ja, wenn man einmal was hat, wo man weiß, dass es richtig ist, dann will man nicht gestarrt werden. Ja, verstehe ich. Ich vara mit zwei Haushalt nach 10十 lang auf dennicaern nehmen. Absolut. Tschüss! Ja. Ich bin der Picknicker. Ja doch, das kommt von daher, ne? Ja, sieht richtig aus. Ist es aber nicht. Doch, ist es. Muss aber. Ja doch, ist nicht so komisch. Okay, jetzt sagst du. Yeah, das erste Torchen. Zweiter Faktor gleich. Es sind ja nicht mehr viele Teile hier. Nee, das geht schon auch sehr nicht so. Wir kriegen den Bogen aus. Nicht schlapp machen. Ja, wer macht denn schlapp? Ich nicht. Zehn Stunden sind wir fertig. Dann dürfen wir schlafen gehen. So ist es. Irgendwas sabbert hier. Wir fahren nach Lutsch. Was? Schon wieder der gleiche. Anfangsfehler. Oh, okay. Da stimmt aber auch noch was nicht. Ja, siehst du, es passiert nicht noch mehr. Aber mir fällt es immer sehr schnell auf. Junge, Junge, Junge. Da habe ich was vergessen, siehste. Ich will gar nicht sagen, das sieht aber komisch aus. Mit der Lücke. Aber da ist keine Lücke. Man muss es halt noch richtig machen. Dann passt das noch. Ja, du hast wieder den Vierer, okay. Oh. Wo kann der jetzt her? Da. Ich weiß sie. Bitte. Ich brauche nur reinstecken. Du Angeber, du. Ist halt so. Angeber. Der kann, der kann, ne? Fertisch. Ja, in der Kneipe gibt es Angeber- und Aufgeberpaare. Klar. Die Angeberpaare müssen sie vor dem GV noch mal schön trinken. Ja. Das ist doch jetzt leicht, oder? Sicher, jetzt leicht. So leicht, jo, leichtes Setup, mach ja lange nicht. So jetzt. Warum habe ich das? Achso, das ist der. Die andere Seite. Ah, interessant. Okay. Genau. Muss halt ein bisschen rüberstehen. Nee, ich habe nur geguckt, warum ist hier kein goldener, aber das muss so. Das muss so. Alles korrekt. Ist nicht so mithisch. Jetzt hattest du dir das vorhin auch gemacht. Wolltest du dir den roten auch da hinpacken? Ja, ich weiß nicht. Aber wieder signifikant war es überhaupt. Oh ja, da ist einiges noch. Ja, da kommt ja noch was. Da kommt noch was. Halt mir den Mund, da kommt noch was. So, und dann die drei. Ja, ich wollte ja gerade, aber man ließ wenig. Die hatten wir doch vorhin auch verbaut hier. Ja, hatten wir auch. Kommt die auf der nächsten Seite vielleicht noch? Gucken wir bitte nach. Klingt gut aus. Ja. Das ist dann wieder mein Step. Step, Ball, Step. Oh, Baby. Das ist aber falsch. Warum ist das falsch? Wo kommt der denn? Der da. Siehst du das? Hier, der da. Alter. Deswegen ist das falsch, siehst du? Ja, aber das ist, der Dreier ist falsch. Weil das zeigt in der falsche Richtung. Nein. Das ist richtig, der zeigt in der falsche Richtung. Und die kann ich vor allem nie draufsetzen. Nein. Aber hier fehlt sowieso noch Zeugs. Was fehlt denn Zeugs? Den vierer habe ich. Genau, der kommt erst da rein und dann käme eigentlich der Dreier. Der falsch ist. Der jetzt irgendwo. Ja, der ist. Die sind richtig. Das ist auch korrekt. Ach, scheiße. Nur ein Dreier falsch gemacht. Man, war das richtig? Question is well. Kann ja auch auf den anderen Flügel sein. Den bin ich schon dran, aber... Das ist das Problem jetzt, ja. Also hier sieht ja alles richtig aus. Ja, hm. Wenn ich das ein bisschen hochhebe, kannst du das gucken, ob da was... Weil das muss ja wenn hier vorne in der Spitze sein. Gerade so die ist, glaube ich, falsch, oder? Der hier oben. Siehst du das? Der ist andersrum, oder? Die müssen hier haben andersrum. Der ist auch gerade. Der ist da rum. Was ist mit dem hier? Keine Angst. Wenn da so einer wäre, wird das besser aussehen? Ja, wirklich. Meinst du? Obwohl, nee. Aber wir haben hier ja auch so einen. Was ist der andere Flügel? Was ist denn noch auf das Fertige gucken? Das ist hier. Warte mal, lass uns noch mal kurz hoch gucken. Wo hatten wir ihn denn gerade? Da unten. Aber der zeigt dann die Richtung. Siehst du das? Der hat zwei frei. Ja, der hat auch zwei frei. Der guckt so ein bisschen raus. Das ist korrekt. Der guckt hier. Gucken. Dann ist der hier falsch. Ja, der ist auch falsch. Ja, der ist auch falsch. Ja, der ist auch falsch. Dann ist der hier falsch. Ja gut, das ist ja noch per HEPA. Da habe ich geschlafen, weil das war meine Ecke. Dann kommt das noch nicht so hoch. Das war meine Ecke. Tut mir leid. Ach, alles gut. Nee, aber das ist halt wieder dober Flüchtlinge als Werner. So, dann hat es das nämlich. Nee, ist auch falsch. Doch, ist richtig. Nee, sieht auch falsch aus. Doch, ist richtig, weil das hier an der Linie ist. Weißt du was, irgendwann? Ja, aber hier sind zwei frei, da nicht. Irgendwie ist das komisch. Blätter nochmal auf die Seite, wo das ist. Nee, nee, da müssen wir weiter hinten. Weiter hinten. Das ist ja der andere Flügel. Ja, ja, ist ja gut. Und 30 Seiten. Ja, 30 Seiten. Genau. Genau. Nee, nee, so weit sind wir noch nicht. Klar, das ist dann auch ein Problem. Ja, so weit sind wir noch nicht. Das ist zu weit. Bitte raten. Das ist schon neun. Oh, genau. Ich weiß, du hast es eigentlich, aber so schwer sind wir dann doch nicht. Das ist auch falsch. Das haben wir auch noch nicht. Das haben wir auch nicht. Das haben wir auch noch nicht. So, da fängt 8 an. So, da haben wir noch. Das muss irgendwie... Doch, die Spitze muss da hin. Das ist korrekt. Dann muss die Spitze... ...da hin. Nee, das stimmt doch was nicht. Der Graue 4 weiß. Der Graue, der ist irgendwie verkehrt. Das war wirklich meine Ecke. Nee, das war wirklich... Nee, die habe ich gemacht. Die habe ich gemacht. Aber das ist doch kein... Aber das ist doch richtig so. Das ist richtig so. Der ist genau da dran. Lass uns doch mal gucken, ja. Dann kommt der Einer weg. Dann ist der vielleicht auch rüber. Blätter noch mal um, bitte. Ja, der Einer kann ja ruhig sein. Das ist ja... So, nehmen wir das auch mal weg, sonst lassen wir uns davon noch... Irritieren, ja. Komm mal her, prob die Werkzeuge. Oh. Dann das rum, genau. Richtig. Dann skippen. So. Also. Da muss ein Dreier dran. Und zwar so. Ne. Zwei frei. Zwei frei. Da kommt der Einer nicht mit. Ne. Der Einer kommt gar nicht. Ne. Da ist doch einer. Siehst du ne? Der Einer... Ja, aber da muss es halt... Da muss es... Da muss es... Warte, warte. Da muss es sogar vier frei. Also so. Das ist ja eine Optik-Auffassung. Ich weiß nicht, was du... Dann kann der Einer da hin. So. So. Jetzt. Und dann kommt der hier dran. Tötig jetzt gehört. Komm. Ist er halt so. Komisch. Muss ich bei Lego nachbestellen, den drei. Ja. Dann mal rein damit. Der guckt halt falsch. Ist einfach so. Komisch. Da kommen wir ja auch gut dran. Oder auch? Alles gut. Ähm. Ja, wenn das einmal drin sitzt nicht mehr. Wie? Doch, klar. Dann muss man wieder rausnehmen. Hä, wieso? Ja, weil das ist auch hier an die Ecke. Der ist doch unten. Na ja. Ja. Also unten. Ja, alles gut. Unten, unten. Unten. Nicht oben. Nicht oben. Oben wäre schlimmer. Na jetzt, jetzt wäre rummelig. Setz das in die richtigen Löcher, ne? Du bist zu weit rüber. Ja, ich sehe das. Gut. Weil so passt es hier nämlich nicht. Du musst deutlich weiter zu mir. Ja, das soll hier halt bei den Pferden. Okay. So, das sieht besser aus. So, ich bin drin. Ja, du. Du wolltest nur sagen. Diesmal war ich schneller. Ja, passt. So. Kampf gewonnen. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck die Spitze auch raus. Stimmt. Das ist doch falsch gar nicht. Ja. Und wir machen den zu Kopf. Ja doch schon. Wir hätten die einfach nur tauschen müssen. Wahrscheinlich. Hör auf. Der eine kommt hier rüber. Und umgekehrt. Komm, das machen wir ja rüber. Der kommt einfach nur da rüber. Dann passt das nämlich. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Klar ist das so. Das passt doch. Dann passt der andere auch. Na. Du musst ein bisschen weiter zu mir. Ja. Sicher? Ja. Ich kann das nicht mehr. Alles vorbei. Alles vorbei. Ich kann das nicht. Du? Nee. Muss das ja rumhängen. Ja genau. Das ist ein Denkfehler. So. Das ist ein Falschen da drüben. Schau wieder den Falschen. Ja, aber das ist doch schon wieder falsch. Nein. So ist es richtig rum. 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 Und wie waren die? Die waren einfach da drunter. Ja wie? Komm. Noch einmal zurück. Ich sehe das doch. Du hast da einen Satz. Zwei frei. Warte. Einen frei. Nach innen, ne? Ja. Von den goldenen. Einen frei. Das siehst du von der Seite aber. Siehst du das? Ich meine so rum oder so rum halt. Nach innen. Aber ich kann das nicht sehen ob da. Das müsste hier hinkommen, ne? Ist hier ein frei von dem braunen? Ja. Ja dann ist der andere Deck dahin. Dann passt es doch. Mensch, Mensch, Mensch. Jui, 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 Jui. Ich suche schon mal raus. So. So. Das war eine relativ kurze Folge. Genau. Mit Diskussionen und so. Was da zugehört. So. Tüttchen Nacht. Bis morgen früh um 8. Nein. Nicht weiter. Bumpf Wallerer. Tschaui. Tschüss.